So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Jetzt habt ihr mal einen direkten Vergleich, wenn ihr das vorherige Video gesehen habt und das jetzige. Ich habe kurz mal was geändert am Kontrast, es ist viel zu dunkel. Es ist immer noch nicht so, wie es eigentlich mal war, keine Ahnung. Der Prime hat damals da was rumgefummelt. Und jetzt wäre es gut, wenn er nochmal fummeln würde und mir nochmal sagt, woher hat er denn das gemacht. Er hat dann ein extra Programm zugehabt, aber das ist egal, jetzt erstmal so. Wir haben gerade ein Video gemacht, also über die Astralfinsternis, das Event zur Astralfinsternis. Und ihr seht jetzt hier schon, der Bildschirmflagger, das rastet komplett aus. Ultra Beast Arrival, es wurde ja was angekündigt für den 27. November. Jetzt ist das alles irgendwie, wenn man sich nur diese Blogposts anguckt, ziemlich durcheinander, alles sehr speziell. Hier stehen Daten, 26. November, Los Angeles, USA, London, Vereinigtes Königreich. Weltweit, 27. November, Ultra Beast Arrival. Hier haben sie sich auf jeden Fall sehr, sehr viel Mühe gegeben auf der Blogpostseite. Pokemon Go Live.com Ultra Beast Arrival, bisschen was hier herzuzaubern. Geheime Nachricht enthüllt die Standorte der nächsten Ultraopforten. Jetzt habt ihr verschiedene Rubriken. Ihr habt hier diese Live-Events, wozu was steht. Ihr habt den Blogbeitrag zur weltweiten Raid-Tag am 27. Ihr habt einen Link zum Live-Stream, weil am Sonntag, dem 27. auch ein Live-Stream stattfindet auf Twitch. Twitch.tv slash Pokemon Go. Wen das interessiert, könnt ihr ja mal drauf gucken. Und ja, hier halt nochmal der Blogbeitrag zur Astralfinsternis. Aber den haben wir uns schon angeguckt. Twitch habe ich euch gerade gesagt. Das ist hier ein bisschen unübersichtlich. Das ist total, das überfordert mein Gehirn. Ihr seht hier überall Ciel, Berlin, Sydney, Tokio, 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 Sapporo, Yokohama. Überall ist irgendwo was los. Eckdaten stehen hier nochmal. Anego, Schmarotza, Chabelle, Schönheit, Mosquito, Expander. Ihr könnt euch die Videos, die es damals gab, auf dem offiziellen Pokemon-Kanal nochmal anschauen. Zu jedem dieser Ultra-Bestien. Voltriant, Kaguron, Katagami, Schling, King. Wer die Videos nicht gesehen hat, sollte sie sich auf jeden Fall angucken. Die waren immer sehr unheimlich und realistisch gemacht, auf dem offiziellen Pokemon-Go-Kanal, in YouTube. Alles hier nochmal schön zusammengefasst. Und dann habt ihr theoretisch nochmal Werbung für diese Live-Events, wo wohl die wenigsten teilnehmen werden. Und dann alles andere mit irgendwelchen Challenges, weltweite Challenges. Wer soll einen Trainer empfehlen? Nach 50.000 Trainern und 100.000 Trainern, die wir empfohlen haben, gibt es als Belohnungen. Alle Trainer erhalten ein Log-Modul. Oder alle Trainer erhalten beim globalen Event Ultra-Bälle, um Ultra-Bestien zu fangen. Was ich sehr komisch finde, denn eigentlich sind ja aus den Ultra-Pforten die Ultra-Bestien das, was man mit Ultra-Bällen fängt. Und bei den ersten Ultra-Bestien, die wir hatten, haben wir auch ganz normale Ultra-Bälle bekommen und konnten mit den Ultra-Bällen die Ultra-Bestien fangen. Als ein weiterer Ultra-Bestien kam, hattet ihr die ganz normalen Raid-Bälle nach den Raids. Und alle haben sich schon gefragt, wo sind denn die Ultra-Bälle wieder hin? Haben die die jetzt mittlerweile vergessen? Keine Ahnung, warum Niantic das so macht. Jetzt müsst ihr euch die erst wieder verdienen. Obwohl die eigentlich extra für die Ultra-Bestien da sind. Finde ich ein bisschen merkwürdig, also egal. Dann habt ihr hier nochmal verschiedene Poster, Flyer. Wenn ihr jetzt irgendwie Ballons, Geschenke, sonst was öffnet, kann es sein, dass ihr hier irgendwie solche Flyer seht von Mosquito, die Ultra-Bestien kommen. Oder hier auch Karguron, Schlinking, Katagami, Anego. Das ist Chabelle, das sieht am hässlichsten aus. Und Voltrian, also falls ihr das schon mal gesehen habt, sagt Bescheid. Hier nochmal so Zeitungsartikel, die auch jetzt verteilt werden. So, das sieht alles sehr aufwendig aus, sehr genial. Aber, was ihr ja eigentlich wissen wollt, ist wahrscheinlich, was ist jetzt denn nun am Sonntag? Manche haben gesagt, sie freuen sich auf neue Ultra-Bestien. Ich habe gesagt, ich denke mal, es werden einfach alle, die es bisher gab, wiederkommen. Und man hat nochmal die Chance darauf. Jetzt haben sie es aber trotzdem anders gemacht. Es ist nämlich wieder aufgeteilt. Eine ganze Schar an Ultra-Bestien kommt auf uns zu. Am Sonntag. In den letzten Monaten sind immer wieder geheimnisvolle Lebensformen in unserer Welt aufgetaucht, die sich Ultra-Bestien nennen. Vielleicht seid ihr selbst schon welchen begegnet. Wenn nicht, kommt eure Chance, die Ultra-Bestien mit eigenen Augen zu sehen. Denn während des Events Ultra-Bestien-Ankunft weltweit, zeigen sie sich erneut. Welche Absichten haben diese rätselhaften Wesen? Woher stammen sie? Was bedeutet ihre Ankunft? Sind sie gefährlich? Wir wissen es nicht und können nur hoffen, dass alle Pokémon-Trainer dieser neuen Herausforderung gewachsen sind. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber wenn ihr aufpasst, dann eigentlich auch nicht. Ultra-Bestien-Arrival. Was ist denn das? Mach mal weg mit dem X-Store. Ultra-Bestien-Ankunft weltweit. Sonntag, 27. November von 11 bis 17 Uhr. Denkt einfach, das ist ein Raid-Day. Ja? Nur nicht mit Mega-Garados wie zuletzt. Sondern mit Ultra-Bestien. In diesem Zeitraum erscheinen Ultra-Bestien in Raid-Kämpfen der Stufe 5 in Amerika. Anego-Moskito-Schlinking. Das heißt, wir hier werden keinen Moskito sehen. Schlinking ist jetzt die ganze Zeit schon da gewesen. Das finde ich eigentlich eine Frechheit, dass Schlinking am Mittwoch wechselt, rausgeht, Anego reinkommt. Aber am Sonntag einfach wieder mit reingestellt wird. Und das bei allen. Anego ist offiziell ja sowieso da. Schlinking ist eigentlich offiziell weg. Ist trotzdem aber offiziell wieder da an dem ganzen Sonntag. Und dann haben die Amerikaner eben das Glück, noch Moskito zu begegnen. Während im Asien-Pazifik-Raum Voltriant auftaucht, ist natürlich wieder, ihr habt vielleicht, sagen wir mal, ihr habt 10 Raids, habt 5x Schlinking, 4x Anego und 1 Voltriant dabei. Dann ist das auch wieder Mist. Also, das ist ein viel zu großes Durcheinander. Ihr müsst wieder Glück haben und hoffen und tun, finde ich jetzt. Naja. Und Europa, wir Europa, wir kriegen natürlich wieder das Nutzloseste der drei. Wir kriegen Chabelle. Wo die meisten sagen, ja, das ist doch übelst hübsch und sieht toll aus. Nee, für mich nicht. Amerika, Moskito, Asien, Pazifik-Raum, Voltriant, Europa, Chabelle. Also, es kommen nicht alle überall. Es ist trotzdem wieder regional gehandelt, dass die da sind, die da, die da. Aber immer noch diese Aufteilung von Nordhalbkugel und Südhalbkugel. Auf der Nordhalbkugel Katagami, auf der Südhalbkugel Karguron. Das war ja auch schon mal da und war ja auch wichtig. Wir haben damals auch Katagami-Karguron-Raids gemacht. Es würden sich bestimmt viele wünschen, dass wir am Sonntag an diesem Tag Raids für Zuschauer machen. Aber ich sage es euch jetzt, das wird auf jeden Fall nicht möglich sein. Du gibst einen Code hin, schreibst hin, das ist der Code für Chabelle. Und dann stellen sich alle an und sagen, ich will Moskito, ich will Moskito. Gehen bei Chabelle nicht rein. Es gibt eine Heiden durcheinander. Also, wir lassen das. Jeder raidet für sich. Jeder macht sein Zeugs. Nutzt Raid-Gruppen, nutzt irgendwie Pogel-Raid, nutzt alles andere. Wenn eine Sache da ist, können wir gerne immer sowas machen. Aber bei so einem Riesenchaos und Stress machen wir das nicht. Weil das bringt nichts. Ihr habt also wahrscheinlich nicht nur die Möglichkeit auf Anego, Chabelle und Schlinking. Sondern wohl auch auf Katagami. Oder halt Karguron. Ich weiß jetzt nicht. Haben die jetzt gewechselt oder nicht? Was ist Norden, was ist Süden? Ich bin da immer ein bisschen durcheinander. Ihr wisst bestimmt mehr. Vielleicht haben die ja gewechselt. Und wenn nicht, wenn es so war, wie es ist, wisst ihr ja, wir haben Katagami, Nordhalbkugel, plus dann Anego, Chabelle, Schlinking. Mich würde am meisten eigentlich Moskito interessieren, weil ich den vom Design her einfach am kurzen finde. Gibt es aber noch nicht Shiny. Werde ich also nicht exzessiv handeln. Auch wenn ihr 100.000 Mal einladen würdet, werde ich einfach nur meine freien Pässe wegmachen. Halt dann für Anego oder Katagami. Wenn das Katagami bei uns ist, ist er trotzdem ein guter Pflanzenangreifer. Es wird eine befristete Forschung geben rund um Raidkämpfe. Die während des gesamten Events verfügbar ist, schließt die Aufgaben ab, um den folgenden Ultrabestien zu begegnen. Anego, Moskito, Chabelle, Voltrian, Schlinking, Karguron, Katagami. Also es wird wahrscheinlich möglich sein, dass man trotzdem, auch wenn man die nicht raiden kann, aus der Forschung einmalig eine Begegnung mit der Ultrabestie erhält. Und halt mit allen. Das gab es ja schon mal auch eine Forschung. Da habt ihr auch, seid ihr Moskito, Voltrian und Chabelle begegnet am Ende. Das war cool gemacht. Wenn das jetzt so ist, ist das eigentlich eine feine Sache für die Leute, die wirklich nur einen Pokédex-Eintrag von was brauchen. und einfach einmal jeder in dieser Forschung begegnen, aus der er es ja auch nicht fliehen kann und ihr es garantiert fangt. Und wer ein bisschen mehr haben möchte, kann ja dann raiden, je nachdem wo ihr seid oder wo ihr Freunde habt, die euch da einladen. Teamwork. Von Montag, 21. November bis Samstag, den 26. November, könnt ihr als globale Trainer-Community zusammenarbeiten, um zusätzliche Belohnungen freizuschalten. Wenn ihr die folgenden Herausforderungen rund um Freundesempfehlungen meistert, das fängt also jetzt gerade schon an, werden weitere Boni für das Event Ultrabestien-Ankunft freigeschaltet, die für alle Trainer gelten. 50.000 Trainer per Empfehlung eingeladen. Alle Trainer können sich im Shop ein Bundle mit dem Log-Modul abholen. 100.000 Trainer per Empfehlung eingeladen. Dann kann man Ultra-Bälle verwenden, um die Ultrabestien zu fangen. Also ihr habt jetzt Zeit, Freunde zu werben dafür, damit ihr dann am Sonntag bei dem Raid-Day ein Log-Modul bekommt. Verstehe ich nicht. Event-Boni insgesamt, auch noch am Sonntag am Raid-Day. 1,25 Mal mehr EP für gewonnene Raid-Kämpfe. Erhöhte Chance auf XL-Sonder-Bonbons aus Raid-Kämpfen. Vor Ort, nicht bei Einladungen. Bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe von Arenen, während des Events und bis zu 2 Stunden danach. Wenn da steht bis zu 5, denke ich mal, also das werden 3 zusätzliche sein, zu den 2, die ihr ja habt. 3 dazu, sodass ihr 5 Stück bekommt an dem Tag. Es steht ja nicht da, bis zu 5 kostenlose Raid-Pässe zusätzlich. Weil dann wären es ja 7. Aber ob das wirklich so passt, seht ihr danach. Boni für Gruppen, wenn ihr eine Ultra-Bestie in einem Raid-Kampf besiegt, erscheinen die folgenden Pokémon für kurze Zeit im Umkreis der Arena, bei der der Raid stattgefunden hat. Maschok, Sichlor, Magma, Schlubok, Absol, Pico-Chiller, Quabbel, Dedenne. Absol, vielleicht als Shiny noch cool, wer das braucht. Ansonsten Sichlor für Mega-Sherox noch ein gutes Mitnehmen. Ja, ist jetzt auch nicht so Besonderes. Bei Pico-Chiller, die unter diesen Umständen erscheinen, ist die Chance auf ein schillerndes Exemplar erhöht. Braucht man eigentlich nicht, aber davon ist es erhöht. So, wie findet ihr das? Was sagt ihr dazu? Bisschen durcheinander, bisschen chaotisch, aber die ganze Schar an Ultra-Bestien kommen. Wir werden wohl alle, also bekommen einmal aus der Forschung, aber ansonsten bei uns Europa einfach nur Anego, Chabelle, Schlinking und dann halt entweder Karagami oder Kaguron dazu. Was werdet ihr raiden? Worauf habt ihr Bock? Gibt's alle immer noch nicht als Shiny? Ich werde mich zurückhalten. Ich werde nur meine fünf freien Pässe an dem Tag machen. Und das war's. Mehr mache ich nicht. So. Schreibt eure Kommentare. Wir sehen uns später. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Ich 3. Ich 3. Ich 3. Ich 5. Ich 3.